Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Hinter mir sehen Sie eine Webcam-Aufnahme vom Sonntagmorgen. Und wie erwartet, da hat es geschneit in den Alpen und teilweise sogar bis auf 1500 Metern herab. Hier eine Aufnahme aus Österreich, aber auch in Deutschland, da war es am Sonntagmorgen bitterkalt. Stellenweise gab es sogar Bodenfrost. Ja, der Hochsommer ist definitiv vorbei und wir bewegen uns nun in den nächsten Tagen zum Bereich des Spätsommers. Schauen wir uns zunächst mal den heutigen Montag ein bisschen genauer an. Und der ist geprägt im Süden hier durch ein Hoch mit dem Namen Nikloth. Aber hier kommt schon wieder aus Westen die nächste Kaltfront auf uns herangezogen. Was bedeutet das für unser Wetter am Montag? Nun, es gibt ein Gemisch aus Sonne und Wolken und später gibt es hier im Norden immer wieder einzelne Schauer, Regenschauer. Gewitter sind wohl nicht mit dabei. Die Temperaturen, die liegen im Norden meist zwischen 19 und 21 Grad. Sonst werden es 23 bis 25 Grad. Ja, und mit 25 Grad, da haben wir natürlich lokal einen Sommertag erreicht. Auch in den kommenden Tagen, da geht das Spätsommerwetter weiter. Die Temperaturen liegen am Dienstag bei viel Sonnenschein zwischen 22 und 29 Grad. Und am Mittwoch, da werden Temperaturen zwischen 24 und 20 und im Südwesten auch mal bis zu 30 Grad erreicht. Stellenweise kann es dann nach einem schönen sonnigen Mittwoch auch zum Abend hin hier im Südwesten einzelne Schauer und Gewitter geben. Der Donnerstag bringt dann ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Im Nordwesten gibt es einzelne Schauer und die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 18 bis 25 Grad. Ja, und auch in den Folgetagen, da geht es insgesamt sehr spätsommerlich weiter. Temperaturen von deutlich über 30 Grad sind in den nächsten sieben bis zehn Tagen nicht mehr in Sicht. Aber auch der große Landregen, der scheint weiterhin auszubleiben. Mit diesen Aussichten einen schönen Start in die neue Woche. Tschüss, bis bald.